Willkommen Leute zu der nächsten Folge Battlefield So, wir hatten ja letztes Mal aufgehört, wo wir beim Panzer waren Mehr oder weniger Was für zwei Meilen? Digga, dann streichelt mir den Hintern und sie sagen, wir warten wir in zwei Meilen Ja, das macht mir doch Spaß Ich würde echt feiern, wenn man sich von hinten sehen könnte Also, halt Wie bei Minecraft, halt, von hinten sich sehen Also, halt, die Respektive Ich würde sagen, es wäre der erste Oh, ich war knapp Das ist jetzt nicht wirklich großartig, was passiert Ja, Leute, ich würde dann sagen, ich mache jetzt mal meine Leute, kommt einfach Einfach Boah, ist das schwer zu fahren, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen Weil nicht hier mit der, ähm Dings, mit der Tastatur Okay, nice, love you Äh, nicht mit der Maus wird gelenkt, sondern mit der Tastatur Und das ist schon ein bisschen schwer, würde ich sagen, ne Ich gebe jetzt einfach meinen, meinen üblichen Weg Denke ich jedes Mal bei dieser Mission Weil es einfach der beste Weg ist Seht ihr, hier, wenn man hier ist Seht ihr, Leute, das ist so eine Art Abkürzung Zum Beispiel, äh Oh, du dreckiger Schlumpf Schlumpf nicht mit einer Ah Ich denke, was ist das für eine Knarre Seht euch mal Leute, das ist einfach der krasseste Bug Ihr müsst das einfach nicht zu Ende machen, ne Nö Einfach nö Einfach nö Von daher, Leute Ja, jetzt sind wieder Mercedes AMG Gefahren Achso, ja, Hände Ja, easy Easy Ich will ja nicht lagen Flakke schüttet aber Nö So, hier Wartet, Leute Schnell auf MG wechseln Fetter Durchschuss, ne Erstmal kurz Desk-Topp sauber machen Ich hab nämlich auch Wissen drauf gespüßelt Ah, da muss ich mich nicht auf F3 drücken, ne Wenn ich eine Maus habe Ähm Ja, ich krepier hier Ja, iiii will ich ja nicht sagen, aber Ähm Schon so ziemlich Drei Zwei Eins Ich sag doch, ich kenne das scheiß ein bisschen Los Äh, drei Zwei Eins Jaz Nein mach ich nicht, ne Sorry, Leute, ich hab schon wieder zu wenig geredet. Ja, wird dann wahrscheinlich ein bisschen dauernd, war, mit Hochladen und so. Aber ich würde schon mal ein bisschen Pop produzieren. Jetzt sind wir jetzt schon alles am Abend auf. Digga, wenn das nicht mal knapp war, Leute, dann weiß ich auch nicht. Aber wartet mal ab. Ja, Leute, ich hab grad das Fußballspiel. Deutsche gegen Italien gerade auf Pause und ich weiß jetzt nicht, also die sind ja immer noch in der Verlängerung. Bei mir sind die momentan in der 101. Minute. Ich hab halt auf Pause, ne? Als ob, weil die mich ficken. Jetzt müssen wir warten. 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 Einfach nichts machen, Leute. Einfach warten. Jetzt kommt der Typ runter. Gebraucht nicht mal zu schießen. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist die letzte Filmsequenz für heute. Also für diese Folge. Ich werde schon mal weiter aufnehmen, ne? Also ich werde dann alles morgenschön hochladen, wenn ich umzumach bin und aufräume. Ich glaube, das muss ich nicht mitnehmen. Ich habe die Kinder-Jugendschutz. Ich weiß nicht, dass man das Jugendschutz versehen. Also so, dass man halt 18 sein muss, weil es zu viel ausdrückt wieder kommen. Das sind ja nicht so viele, ne? meine ich würde entweder sagen Atombombe sonst eine Atombombe sie haben die Blinzelt diese Pferde er ist doch mit was die auch was sie sind so sieht er aus alles klar drückt nicht Hä? Wir haben ein Mann in Bolivien dessen Spezialität wie der Mann nach oben guckt alter sieht ziemlich gruselig aus Lockerbrunnen drauf Kommt in der Special Activities Division S.A.D. 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 Bolivien? S.A.D. S.A.D. ich glaube ich werd die Titel den Titel den Titel den Titel wahrscheinlich nennen oh scheiße ja Bolivien? Ja so Leute dann würde ich mich schonmal verabschieden würde sagen das war's für diese Folge würde mich über ein über ein Däumchen nach oben freuen vielleicht auch noch ein Abo wenn ihr noch nicht dazu gehört und ich würde mich freuen, wenn ja, wenn ihr schöne Sachen in die Kommentare schreiben würdet, zum Beispiel was euch gefällt, ihr könnt auch gerne reinschreiben was euch nicht gefällt, aber ihr solltet euch schon strikt halten so, dann würde ich sagen, ciao